Ah, Original Pub, Mecca. Oh, mein Gott. Ah, ja. Oh, mit dem Wunder war die heiße, wenn du es nicht einmal machst. Ja, und zum Fuß. Mach wesentlich lieber. Du musst dich dafür die Tage überqueren. Hey? Ja? Hier ist ein Paket für dich. Oh, oh! Wow, look, I can't do the right. Ja, was ist da? Oh, mein Gott. Was ist da? Ja, das ist wirklich gut. Ich habe das online. Nein. Oh, ja. Anyway, ich will es euch zeigen. Okay. Nice. Ja, ich will es euch zeigen. Okay. Ja. Ja, ich habe es aus Spanien, in den Niederlanden. Von woher? In den Niederlanden. Oh, wirklich? Oh, das ist gut. Oh mein Gott! Ja! Das ist mein Lieblingsfammer. Simba Chips. Diese sind sehr lecker. So lecker. Ihr müsst es probieren. Die sind so flavorful. Und... Und... Einfach ein Packet of Chips. Und einfach ein Packet of Snacks. Das sind Porn Snacks. So nice! Ihr könnt es probieren. Ich habe diese. Und dann habe ich... Und dann habe ich... Die Original Rooibos. Rooibos von Afrika. Ja, das ist mein Lieblingsfammer. Und dann habe ich... Oh, ich habe das. 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 Ich liebe das. BAKERS. Das sind BAKERS. Das ist Krakers. Wow! Schön! Das ist so nett. Ja! Das ist für frei. Und dann habe ich das. Das ist nett. Ich habe das. Ich habe das. Das ist für Gravy. Gravy Faking. Du kannst nicht so viel verändern. Ja! Ja! Dann habe ich das Gravy. Für was ist das? Für die Küche. Für die Küche. Ich kann die Küche und die Küche machen. Wie eine Säuse. Aha! Ja! Okay! Ja! Und dann... Spice. Ich habe das. Jigelele is a chevel mix. Das ist auch für die Küche. Für die Küche. Für die Küche. Aber es ist. Ja! Für die Küche. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das Küche, liebe das Küche. Jetzt kann ich mir selbst die Küche kuchen. Oh! Was ist das? Ich habe Biltong gekauft! Biltong! Bitte was? Biltong! Was ist das? Biltong ist, um, Dried meat, Dried beef. Ich glaube, das ist beef, ja. Es ist beef meat. Jerky meat, aber es ist Dried, mit Spices, und alles. So nice. Okay. So nice. Und dann, was anderes? Was ist das? Oh, und das ist wie Pudding. Das ist wie Pudding. Das ist wie Pudding. Du kannst es in Puddingen, du kannst es so essen, wie du willst. Ja. Honest, ich habe das nie gesehen, aber okay, fine. Ja. Except aus dem Schiff, den ich weiß. Oh. Du kennst die Schiffe? Nein, aber ich habe keine Schiffe. Ja. Okay, das ist sehr süß. Oh, eine Sauce. I ordered, okay. How do I open it to show my people? Ja. Oh, cool. I ordered this South African sauce. This is my favorite. We used to have it always. In our fridge. Back at home. Ja. This is not hot, babe. I ordered for you as well. See, it's like lemon and ham. African sauce. So yummy. So yummy. So yummy. So yummy. So yummy. And then, I ordered another one. It's also not spicy. Like sweet. This is like... I know you don't like sweet sauces, but this, my love, is the best sauce that you can have in the house. It's called these balls. These balls. It's made of... What is that? Apricots? Apricots? Yeah, yeah. So it's not... It's sweet. It's sweet. It's like fruit. Fruit chutney. Yeah, okay. I will not try to try, right? Fine. I will try it. And then... Lastly... Original pub maker. Oh my gosh. So this is made pub. If you ever watched our videos, go back and watch. I've cooked pub more than once. I think in our videos already. But this... This is the original... Original... Maze meal. Maze meal that we use... Back at home. Like to cook pub. Which is really nice. So yeah. It's gonna last me for a while. I can't wait. Which one would you like to try first? I don't know. Maybe you fix it on the table so we can see... what you got. Got. Yeah, okay. So... Super pub. Super pub, right? What is that? Special meat. Why dry if you can get it fresh? But okay, fine. It's a snack, baby. Yeah, I'm sorry. Rosemary. Mm-hmm. Rosemary. Gravy. Okay. Nick-nacks I know, but I think I know the German part. I don't know. Okay, okay. Yikilele. Is it... Chica-lele. 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 Okay. Chica-lele. Okay. Chica-lele. Miss balls. Okay. Why not his balls? Anyway. It was just a joke, hallo. Fresh pack of Robios. Okay. This will be entrusted for me because... Well, it's caffeine-free. You know, where it was, it's naturally caffeine-free. Okay. Yeah. And another ship. Yeah. Ships again. Okay. And... Sauce. Cookies for free. Yeah. And... A lemon sauce. Mm-hmm. Or something like that. Yeah. So... All in all? Yeah. All in all? All in all, what did you pay for it? I paid like... Did you not say 15 earlier? No, it was... I said close to 15. Ah, close to 15. Yeah. It's written here, I think. Yeah, I don't know. I get old. Maybe I understood it wrong. I see. Yeah, so like, it's... No, they didn't write the price, but... They didn't write the price. But... All in all, it was like 41 euros... Ah. 50. Yeah, so like... That's nice. I think an African shop here in Germany will pay, I don't know, 60 or something for that, right? But yeah, so... African shops here in Germany, you can't find South African products. That's why I ordered online. Like, they're the only shop in Europe. That's nice. South African shop in Europe. In the Netherlands. So, yeah. Yeah, so thank you for... Anyway, guys, I just wanted to show you... Yeah. Yeah, thank you for showing us, me, the whole world. You're welcome. Yeah. So, would you like to try it? Yeah. Not now, but later. Okay. Anyway, cheers, guys. Thank you for watching. Bye. Bye.